Ich habe einen Start gehabt, das Problem ist nur, ich traue mich trotzdem nicht zu fahren. Ich bin auch schon wieder weg, muss ich sagen. Verwarnung und halbe Nase, ich werde dich drehen. Wollen wir neu starten? Erstmal neu starten. System Fanatiker, Errungenschaft. Jo, nice, wieder raus. In Unterrealität. So, mal schauen. War nicht gut. Ey, ja, sehr gut so, ja. Alter, die bremsen ja alle schon wie die Schweine. Ganz easy hier durch, so. Pass auf, die nächste Kurve ist sehr scharf und sehr eng. Früh bremsen. Ich muss neue Nase holen. Ohohohoho. Was für denn? Äh, 12. Und jetzt wird aber der Williams vor mir gedreht. Ja, ich sehe schon, gell? Deswegen habe ich wieder was verloren vom Frontflügel, nice man. Naja, ist vorbei. Disqualifiziert, nein, ich habe keinen überholt. Oh, das ging ja schnell, nicht mal eine Runde. 5 Sekunden, stop and go, nice. Boah, so ein Wehrlein vor mir im Manor, alter. Das geht doch nicht. Krass. Aber ich muss aufpassen, wo ich bremse, ich... Irgendwie ziemlich interessant. Übrigens habe ich siebsten Sekunden Standzeit gehabt, jetzt. Ja? Übel. Nase und Reifen und stop and go. Nein, alter. Boah. Zurück zur Strecke zurück, dass es geht. Was war's, ey? Plattfuß hinten wieder. 3 Sekunden lang. Plattfuß, Plattfuß. Ja, äh. Boah, jetzt bin ich ganz kaputt, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr, alter. Er fällt auf. Warte, geh hier. Gott sei Dank kennen wir die. Also, ich. Also, wir. Gott. Alles gut, bis jetzt. Na, ich hab das erste Mal schon blockiert, das war das Problem gerade in der ersten Kurve. Ist ja entweder das Auto mega schnell... ... oder Ecke kommt irgendwie... ... gar nicht klar. ... gar nicht klar. Ich hätte mal... Boah. Schon hart, schon hart. Ja. Auf jeden. Ist aber hoch ordentlich nass, ne, muss man sagen. Also... Ja. Wett ist da durchaus gerechtfertigt. Alter Vater. Mein lieber Heisangsverein, ist das anstrengend. ... Aber... ... ... Schnellsrunde 1,24 Ich hab 1,26,9 Naja, von meiner Zeit wären wir jetzt nicht Ohne Socken, oh oh Scheiß Start, geht so Ich werd schon wieder fast gedreht Alter, da ist schon jeder Destroyed Ich hab Schaden schon wieder am Frontflügel Ich hasse dieses Game Ich hab eine Nase verursacht, Ecke Du treibst aber auch, Alter Die Bremse bremst, nee Also nicht wirklich Ich hab eine orange Nase, das ist jetzt uncool, Alter Letzter war jetzt 11 da, geht schon Ich fahr jetzt mal super sicher hier, das muss doch mal klappen Das würd ich nicht klappen Jetzt macht mir ja schnell eine neue Nase dran, dass ich um die Kohven fahren darf Weil jetzt kann ich so nicht mit der Nase War wieder letzter, aber ich komm wie da Hier, Dreckssäcke Und außerdem krieg jetzt Ultrasoft-OPM Wie das Auto mal piept, ne Wenn du vom IACs unter die Kurve fährst So Ja Richtig geil, Mann Da komm ein richtig Feeling auf Hört's dir an, als würde es ein Düsenjet sein So mit Flugzeugturbine Ah, geht so Na besser als diese komische Quietschen bei 14 da, Alter Natürlich Oh, nach vorne geht nicht viel, nach hinten auch nicht Was ist los? 12 da Das war jetzt nicht so optimal Ja, scheiße So, jetzt, Alter So, jetzt, Alter Boah, der Hunde, Alter, wie er rührt Jo, da ist schon eine halbe Sekunde langsamer Ja, ja, guck mal, manchmal wird die Autos, die neben ihn fahren, die hören immer kaputt an Ist voll im Jahrhundert Mal da Fuck, Mann Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wie kann das passieren, Alter? Track limits, Track limits Da ich hoch Quasi ins Kies Heepheepheep Kap' 49 Sekunden Vorsprung auf den letzten oder immerhin, bis jetzt, oh die kämpfen, oh was war das, kleine lag, kleine lag ey leichter Regen in 15 Minuten ok so neunter, Button und dann Mercedes glaube ich und dann ein Torosso 10 Minuten, 10 Minuten ist wer anders unter mir Rosberg ist erster süß oh enger Fight hier ich block beide Mercedes, äh Ferrari ich muss sagen, jetzt mittlerweile habe ich meine Zeit abgewöhnt ein bisschen jetzt gehts Gott natürlich hike jetzt schon alle Reifenvarianten durch, aber das ist, was ist was 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 ja Ferrari fährt auch nochmal, was ist das denn ok was fahren die der ist auch nochmal gefahren, der Ferrari, das zweite Mal jetzt hm keine Ahnung, was der verfolgt von der Technik so geht das mit Leistungsverlust fuck off Leistungsverlust aufgrund von? weil der Motor angeschlagen ist so jetzt bin ich aber gut rangekommen hier Gut, Charis, fuck off, geh weg alles gut so so bitte oh Lila am ersten mit 0,006 hehehe jetzt fange ich gerade an zu schwitzen Gott sei Dank ist es total zu Ende ja wir haben auch wieder keine Punkte für mich, aber naja nicht? ich dachte du warst hier irgendwo bei 9,00 oder so ja aber dann war ja noch irgendwas, da wird schon wieder gedreht oder irgendwas guck mal jetzt träume ich auch schon wieder so fängt er an, wa? naja jetzt ist die letzte Runde Wain 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 ich kann mal meinen Reifenstatus sehen, Alter weil irgendwie fährt sich das Auto hoch jetzt gerade nach äh wie 0 also vorne 50% auf einer Seite auf der anderen 40% 35% krass kommt gar nicht mehr rum